Der Prolog von Ochrit vom 15. Dezember Gedenk Der heilige Hiromäatera Eleptherios Von einem guten Baum kommen gute Früchte. Dieser wunderbare Heilige hatte adelige und angesehene Eltern. Eleptherios wurde in Rom geboren, wo sein Vater Kaiserlicher Prokonsul war. Seine Mutter Anthea erfuhr das Evangelium durch den großen Apostel Paulus und wurde von ihm getauft. In jungen Jahren wurde sie Witwe und vertraute ihren einzigen Sohn Bischof Aniketus von Rom zum Studium an. Der Bischof, der sah, wie Gott begabt und durch Gottes Gnade erleuchtet Eleptherios war, weihte ihn erst 15 Jahre alt zum Diakon, mit 18 zum Priester und mit 20 zum Bischof. Gott gab Eleptherios die Weisheit, die das, was ihn an Jahren mangelte, ausgleich. Und er wurde, dieser Auserwählte, zum Bischof von Elirien mit Sitz in Valona, Avlona in Albanien gewählt. Der gute Hirte leitete seine Herde und ließ ihre Zahl Tag für Tag wachsen. Kaiser Hathiran, ein Christenverfolger, sandte seinen Kommandeur Felix zusammen mit Soldaten, um Eleptherios zu verhaften und nach Rom zu bringen. Als der zornige Felix in Valona eintraf und die Kirche betrat, sah und hörte er den heiligen Hierarchen Gottes, plötzlich wandelte sich sein Herz und er wurde Christ. Eleptherios taufte Felix und ging zusammen mit ihm nach Rom. Freudig kehrte er zurück, als ginge es zu einem Fest und nicht zu Verhör und Feuerte. Der Kaiser überlieferte Eleptherios grausam Torturen, auspeitschen, rösten auf einem Eisenbrett, kochen in Pech und verbrennen in einem Feuerofen. Doch Eleptherios wurde aus all diesen tödlichen Matern durch Gottes Kraft gerettet. Als Caribus, der römische Gouverneur Aldi sah, erklärte er, auch er sei Christ. Caribus wurde gefoltert und enthauptet. Und so geschah es auch mit dem seligen Felix. Schließlich schlitten die kaiserlichen Henker Eleptherios das erwidrige Haupt ab. Als seine Mutter, die heilige Anthea, kam und über den Leichnam ihres Sohnes stand, wurde auch sie enthauptet. Ihre Leiber wurden nach Valona überführt, wo der heilige Eleptherios auch heute noch den Namen Christi verherrlicht durch seine vielen Wunder. Er litt während der Herrschaft Hadrians im Jahr 120. Der heilige Stefan, der Bekenner von Suroz. Stefan wurde in Kappadokien geboren und in Konstantinopel unter dem heiligen Patriarchen Germanus unterrichtet. Er zog sie in die Einsamkeit zurück und lebte vor der Welt verborgen. Ein Engel erschien dem heiligen Germanus und wies ihn an, Stefan zum Bischof der Stadt Suros, heute Sudak, aus der Grimm, zu weinen. Und der Patriarch tat dies. Der eifrige Stefan bekehrte viele zum Christentum. Er litt sehr unter Kaiser Leo de Melsauria um den Ikonen willen. Er sagte dem Kaiser den nahen Tod voraus. Nach dem schlimmen Tod des boshaften Kaisers kehrte Stefan in seine Diözese zurück, wo er seine gottgefällige Herde nährte und am Ende des 8. Jahrhunderts im Frieden entschlief. Der gottgeweihte Pavlos von Latros wurde in Pergamon geboren. Er lebte in der Skese auf einem Berg namens Latros in Kleinasien. Aufgrund seiner Skese und vieler Wunder verherrlicht, entschlief er in hohem Alter und nahm seine Wohnstadt beim Herrn im Jahr 950 ein. Der gottgeweihte Pardos, der Eremit, war in seiner Jugend Kutscher. Doch wegen einer unbeabsichtigten Sünde verließ er die Welt und zog sich in die Wüste zurück, um dort in das Käse zu leben. Er lebte in Palästina im 6. Jahrhundert. Lobeshymne Der heilige Hiromertirer Eleftherius Eleftherius, heiliger Gottes, du verbargest Gottes Wahrheit nicht vor den Menschen, sondern hast die Menschen erleuchtet mit Gottes Wahrheit und allen und jedem die Rettung gewiesen. Möge die Kirche Gottes jubeln, möge sich ganz Illyrien freuen. Siehe, Gott sandte ihr einen wundervollen Mann. Eleftherius, ein wahren Heiligen. Sein Name bedeutet Freiheit. Eleftherius bringt Freiheit hervor. Die wahre Freiheit von der Sklaverei der Sünde. Wahre Freiheit gibt es nicht ohne Christus. Möge auch die Stadt Valona jubeln, in ihr ruhen die Reliquien des Heiligen. Wundertätige Reliquien, welche die Kranken heilen. Eine Flamme, vor der die Dämonen fliehen. Selig ist die Mutter, die einen Heiligen gebiert. Die heilige Anthea dreimal gesegnet. Empfängt den Trost nun im Garten des Paradieses und schaut auf ihren Sohn Eleftherius. O Eleftherius, bete für uns, dass sich der gnädige Gott auch unser erbarme. Betrachtung Bei unbeabsichtigem Mord spricht die irdische Gerichtsbarkeit den Mörder frei. Die Kirche legt demjenigen, der unbeabsichtigt jemand tötet, eine leichtere Buchstrafe auf als einem absichtvollen Mörder. Doch sie lässt ihn nicht ohne Buchstrafe. Wenn beispielsweise ein Priester jemand tötet, verbietet ihm die Kirche für den Rest seines Lebens das Priesteramt auszuführen. Ein Christ mit empfindsamer Seele und geschärftem Gewissen legt sich selbst ohnehin eine schärfere Buchstrafe auf, als die Kirche festlegt. Der heilige Pardos, ein Kutscher, kam eines Tages nach Jericho. Er verließ seinen Esel vor einem Gasthaus und ging hinein. In diesem Augenblick fiel vor dem Esel ein Kind auf den Boden, und der Esel trat es und tötete es. Als Pardos das tote und zerstretende Kind sah, wurde sein Herz so schwer, dass es sich fühlte, als sei er selbst am Tod des Kindes schuld. Dieser von seinem Gewissen gequälte Mann legte sich nun die härteste Buchstrafe auf. Er gab seinen Handel auf, verließ die Welt, obwohl er sehr jung war, und ging fort in die öde Wüste, um sich dort strenger körperlich als Käse zu widmen. Mit vielen Drehen brachte er Gott seine Reue für den Tod des Kindes dar. Er wünschte, sein Leben für das des Kindes zu geben und betete zu Gott, dass er dies irgendwie zu Wege bringen möge. Er suchte nach einem Löwen und hoffte, dass dieser ihn fressen würde. Doch der Löwe floh vor ihm. Er legte sich auf die Fährte des Löwen und hoffte, der Löwe würde ihn fressen. Doch dieser sprang über ihn hinweg und rührte ihn nicht an. Als er daher sah, dass es Gottes Wille war, dass er leben und nicht umkommen sollte, beruhigte er sich, blieb aber bis zu seinem Tod ein niedriger Büßer. Ist das nicht eine empfindsame, liebende und gottesfürchtige Seele? Ist das nicht das erfeinerte und geschärfte Gewissen eines wahren Christen? Zum Nachdenken Lasst uns nachdenken über den starken Glauben Abrahams. Genesis 15 Wie Gott dem kinderlosen Abraham versprach, dass er der Vater von vielen werden würde. Wie Gott ihm so viele Nachkommen wie Sterne im Himmel versprach. Wie Abraham Gott glaubte, trotz allem, und wie Gott ihm dies als Gerechtigkeit anrechnete. Homilie über Josef Er ließ sein Gewand in ihrer Hand und lief hinaus. Genesis 39, Vers 12 Der unschuldige und keusche Josef erduldte zwei große und schwere Versuchungen und überwand sie. Die Versuchung durch den boshaften Neid von Seiten seiner älteren Brüder und die Versuchung durch die lustvolle Leidenschaft von Seiten der ägyptischen Verführerin. Der Neid verkaufte ihn als Sklaven und die Begierde der Wolllust warf ihn, obgleich unschuldig, ins Gefängnis. In beiden Fällen vergalt er Böses mit Gutem. Er beschaffte seinen hungrigen Brüdern Nahrung und bewahrte das Leben, den Thron und das Volk des verängstigten Pharao. Seine Brüder hegten den Gedanken, ihn zu töten, doch Gott rettete ihn. Aus der Sklaverei und Gefangenschaft krönte ihn Gott mit Ehre und unbegrenzter Macht. Und ihn, den die boshaften Brüder mit einem Schlag hätten töten können oder Potiphar's mächtige Frau mit einem Nicken, machte Gott zu einem mächtigen Herrscher über das Leben vieler Millionen Menschen und zur einzigen Nahrungsquelle für seine verhungernden Brüder. Solcher Art ist die wundersame Barmherzigkeit Gottes gegenüber den Gerechten. Auf diese Weise weiß der Herr, wie er die Unschuldigen und Keuschen bewahren und verherrlichen kann. In der hohen Bestimmung Josefs sehen wir die große Barmherzigkeit Gottes. Es gibt ein Auge, das niemals schläft, meine Brüder. Lasst uns Gott anhangen und keinen Menschen fürchten. Lasst uns unschuldig und keusch sein und das Böse oder Verleumdung oder Gefangenschaft oder Spott oder Missgeschick nicht fürchten. Im Gegenteil, mögen wir uns freuen und mit Furcht die Offenbarung der Wunder Gottes uns gegenüber erwarten. Lasst uns in jedem Sturm und Donner die Gerechtigkeit Gottes erwarten und ruhig sein. O geheimnisvoller Herr, der du dich Gerechten im Verborgenen und wachsam in der Sklaverei und Gefangenschaft führst, und deine Barmherzigkeit zu der von dir bestimmten Zeit erweist. Hilf uns, unschuldig und keusch zu sein. Dir sei Ehre und Lobpreis in Ewigkeit. Amen.